Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten kleinen Review zum Low-Budget-Mikrofon von Speedlink. Ich bin Sanfinkoll. Beim Unboxing konntet ihr das kleine Handmikrofon bereits begutachten. Und jetzt gibt es noch ein paar Infos mehr, wobei man das so wohl eher nicht sagen kann, denn ich habe keine wichtigen Infos wie zum Beispiel Frequenzgang, Eigenrauschung etc. gefunden. Es gibt nichts zu finden. Schade, aber da muss es eben ohne gehen. Ist das Cabo ein unterschätzter Plastikbomber? Genau diese Frage versuche ich in diesem Video zu beantworten. Beim Auspacken gab es keine Überraschung, denn man weiß schon im Vorfeld, was man sich da ins Haus geholt hat. Und das ist nicht unbedingt abwertend gemeint. Das Cabo scheint eine Art Labelprodukt zu sein, denn es wird unter verschiedenen Namen von unterschiedlichen Shops angeboten und dann noch auch zu sehr unterschiedlichen Preisen. Diese beginnen bei 4,18 Euro und gehen bis auf 18 Euro und Grad nach oben. Bei dem einen oder anderen kommen dann natürlich noch die Versandkosten hinzu. Zum Beispiel glaube ich 2,95 Euro bei dem Mikrofon für 4,18 Euro. Es ist aber ein und dasselbe Mikrofon, baugleich also. Die Verarbeitung von dem Mikrofon geht in Ordnung und auch die Haptik ist ganz okay. Das Cabo ist nicht ganz so leicht, wie man zunächst für ein Plastikmikrofon vermuten würde. Was auch noch positiv zu erwähnen wäre, ist der Mute-Schalter. Jedoch wird jede Betätigung mit einem hörbaren Nacken quittiert. Das findet sich dann auch wieder auf der Aufnahme. Ich zeige das mal kurz. So, das hat man also auf jeden Fall deutlich gehört, zumindest im Ausschlag, im Fensterchen. Habe ich das jetzt so gesehen. Ganz schön, ist sogar rot geworden, übersteuert. Man soll es nicht glauben. Das Kabel ist für mein Empfinden etwas dünn geraten. Und ich vermute mal, dass es keine gute Abschirmung bietet. Ebenso ist das Kabel im Mikrofon fest verlötet, also fest verankert. Man kann es nicht abnehmen. Das heißt, bei einem Kabelbruch kann man das Mikrofon einfach in die Tonne kloppen. Eine Reparatur wird wahrscheinlich teurer sein, als das ganze Ding kostet. Das ist nicht ganz so gut, aber es tut auch nicht so weh, denn es hat ja nur 10 oder 4 Euro gekostet, je nachdem, wo man sich das Mikrofon holt. Zu den technischen Daten konnte ich, wie gesagt, leider überhaupt nichts finden. Jedoch kann ich vorwegnehmen, dass man bei diesem Mikrofon eine anständige Soundkarte benötigt. Denn sonst bekommt man nur einen dünnen und leisen Klang heraus, der auch noch vom Rauschen flankiert wird. Ich habe wieder mal meine kleine externe Soundkarte von Bayer Dynamik herangezogen. Und so ist das Ganze schon etwas besser, etwas lauter. Mit Hilfe dieser Soundkarte kann man das Mikrofon sogar an die PS4 betreiben. Das ist auch eine gute Sache. Wenn man denn kein anständiges Mikrofon hat, kann man vielleicht das Kapo mal probieren an der PS4. Kommen wir mal zum Sound. Und nun ja, ihr könnt es ja hören, denn das gesamte Review wird komplett mit dem kleinen Kapo gesprochen. Jedoch immer sollte man im Hinterkopf bewahren, im Zusammenspiel mit meiner kleinen Bayer Dynamik Soundkarte. Da ich nur ein Onboard Soundchip habe, ist das natürlich für mich wichtig, dass ich diese kleine Soundkarte benutzen kann. Man muss also sich entscheiden, holt man sich noch zusätzlich eine kleine Soundkarte dazu oder eine interne Soundkarte. Wenn man eine gute interne Soundkarte natürlich verbaut hat, ist alles perfekt. Ja, der Klang ist für mich ein bisschen... Ja, ich kann mich so nicht entscheiden. Mir persönlich gefällt er nicht gut. Es fehlt auf jeden Fall an Tiefen. Ich kann ja ein bisschen mit dem Nahbesprechungseffekt, wobei das hier auch nicht so funktioniert, muss ich ehrlich sagen, den Nahbesprechungseffekt, dann könnte man damit spielen und sagen, okay, dann gehe ich näher ran, dann wird der Ton ein bisschen tiefer. Aber es funktioniert bei diesem Mikrofon nicht so gut. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil es nur ein Elektromikrofon ist oder was auch immer. Keine Ahnung. Und es ist für mein Empfinden zu höhenlastig. Und die oberen Mitten sind auch zu präsent. Nichtsdestotrotz will ich euch auch mal zeigen, wie das Speedlink-Capo ohne die USB-Soundkarte klingt. Das ist nun der Klang des Capos, wenn es direkt per Klinke am PC angeschlossen wird. Und jetzt wisst ihr auch, warum man eine echt gute Soundkarte benötigt, um das Maximum aus diesem Mikrofon herauszuholen. Der Sound ist natürlich wie immer völlig unbearbeitet. Und jetzt kommt noch ein Moment Stille, damit man auch hört, wie es sich mit dem Eigenrauschen des Mikrofons verhält. So, das soll reichen. Und jetzt packe ich das Mikrofon schnell wieder an die USB-Soundkarte. Bis gleich. Ihr habt es jetzt gehört. Ich finde, es ist doch noch dünner geworden vom Klang her. Und vor allen Dingen leiser und das Rauschen ist auch ein bisschen präsenter gewesen. Ich finde aber, für ein 10 Euro Mikrofon schlägt es sich ganz gut. Aber wie es so ist, wo Licht ist, ist auch Schatten. Die Mikrofonhaltung ist fest an dem kleinen Tischstativ angebracht. Man kann sie also nicht abschrauben. Das Tischstativ steht zwar gut und fest und sicher auf dem Tisch, jedoch ist halt der Abstand von Mund zum Mikrofon relativ weit weg. Dies hat dann zur Folge, dass der ohnehin schon dünner Sound noch dünner wird. Ich habe das Cabo im Moment mit einer extra Mikrofonhaltung an einen kleinen Studioarm befestigt. Diese extra Halterung war bei diesem Studioarm schon mit dabei. Sie passt zwar nicht perfekt, hält das Mikrofon aber gut in Position. So kann ich das Mikrofon nahe an den Mund bringen. Man kann auch bei Bedarf einen Schaumstoff-Pop-Schutz überziehen. Aber ich benutze im Moment keinen und wie man sieht, das ist wirklich sehr gut. Ich brauche auch unbedingt keinen Pop-Schutz. Ich muss den nicht benutzen. Das Ding isoliert die Pop-Laudung richtig gut. Da bin ich tief beeindruckt davon. Wie das Mikrofon klingt, wenn man es auf diesem kleinen Tischstativ belässt, könnt ihr jetzt hören. Ich habe das Mikrofon jetzt auf das Tischstativ montiert und kann jetzt natürlich nicht mehr so nah an das Mikro ran, wie es noch mit dem Studioarm möglich gewesen ist. Es sei denn, man beugt sich die ganze Zeit nach vorne und riskiert nach 10 Minuten ziemliche Rückenschmerzen. Ich bin jetzt ca. 35 cm von dem Mikrofon entfernt. Aus diesem Grund musste ich auch den Aufnahmepegel von 10 auf 55 hochschrauben, um überhaupt eine gute Lautstärke zu bekommen. Dies hat natürlich zum Nachteil, dass mehr Nebengeräusche aufgenommen werden. Und nicht nur das, sondern das Eigenrauschen hat sich auch etwas erhöht und der Klang ist insgesamt etwas halliger geworden. Das Mikrofon also schnell wieder an den Boom gepackt. Bis gleich. Das Mikrofon ist jetzt wieder an den Studioarm befestigt und jetzt gibt es auch noch ein paar technische Informationen. Wenn ich schon keine richtigen gefunden habe, musste ich halt selbst zur Waage greifen und zum Maßband greifen. Das Mikrofon wiegt zusammen mit dem Kabel und Stativ 260 Gramm. Das Mikrofon ohne Stativ hat ein Gewicht von 105 Gramm inklusiv Kabel und der Stativ wiegt somit 155 Gramm. Das Stativ ist rund 12 cm hoch und das Mikrofon misst rund 13,5 cm in der Länge. Die Kabellänge beträgt 2 Meter. Für das Mikrofon muss man mindestens 4,18 Euro zuzüglich Porto berappen. Das Speedlink Cabo oder wie auch immer es von anderen Shops genannt wird, ist für den günstigen Preis okay. Die Verarbeitung, die Haptik geht ebenfalls in Ordnung. Dem Klang fehlt es für meinen Geschmack wirklich an den Tiefen. Es ist mir einfach zu Höhen und zu Mitten lastig. Im Großen und Ganzen klingt das Mikrofon jedoch recht ordentlich. Wer ein anständiges und günstiges Mikrofon für Skype oder TS sucht, kann bei diesem Mikrofon bedenkenlos zugreifen. Wer auf YouTube mit einem eigenen Kanal anfangen möchte, aber erstmal nicht viel Geld investieren will, der kann auch zu diesem kleinen Mikrofon greifen. Jedoch würde ich da empfehlen, gleich einen kleinen Studioarm dazu zu kaufen. Und auch hier gilt, wenn man keine gute Soundkarte hat, dann sollte man sich eine externe USB Soundkarte oder eine gute interne Soundkarte zulegen. Natürlich habe ich auch versucht, das Mikrofon an meinen Mischpult anzuschließen. Ich habe dabei alle möglichen Adaptervariationen ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Das kann ich vorweg nehmen, es klappt nicht. Man kann dieses Mikrofon leider nicht am Mischpult betreiben. Das heißt, man hätte dann sonst nachträglich ein bisschen am Equalizer, ein bisschen am Bass rumschrauben können. Und dann wäre der Klang vielleicht schon um einiges besser geworden. So meine Freunde, das soll es nun gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen zu diesem kleinen hier habt, dann könnt ihr die gerne wie immer in die Kommentare schreiben. Einen Link zu diesem Mikrofon poste ich natürlich auch in der Beschreibung. Vielleicht mache ich auch zwei Links rein und ihr solltet ein bisschen stöbern. Denn wie erwähnt, gibt es das Mikrofon bereits ab 4,18 Euro, glaube ich, plus 2 Euro ungerade Versand. Es lohnt sich auf jeden Fall Preise zu vergleichen. Außerdem poste ich auch noch den Link zu einem kleinen Studioarm. Auch hier bitte beachten, es ist eine richtig lange Lieferzeit vorgesehen, weil die Dinger kommen aus China. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bye bye, winke winke. Hier war Sanfinkol mit einem kleinen Review zum Speedlink Cabo Mikrofon. Tschüss, bye bye, gehabt euch wohl.